Soft 99 hat aktuell gerade eine Kauf 2 und Erhalte-Einwachs-Gratis-Aktion, auf die ich euch in diesem Video nicht nur gerne hinweisen wollte, sondern ich werde euch auch sagen, welche Wachse für diese Aktion überhaupt zugelassen sind, weil leider sind es nicht ganz alle. Und vor allem wollte ich euch auch ein bisschen einen Überblick über diese Wachse geben, damit ihr vielleicht eine bessere Idee bekommt, welche für euch gut und relevant sein könnten. Und ich werde euch auch ein paar Tipps geben, welche Wachse ihr euch womöglich wie zusammenstellen könnt, denn in der Regel braucht man ganz einfach nicht drei Autowachse, aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, sie zu einem guten Preis zu bekommen, dann kann man sich das Ganze ja mal überlegen. Wir starten aber mit der Übersicht, über welche Wachse denn überhaupt bei dieser Aktion beinhaltet sind. Es ist einmal das Fusso-Code F7, das könnte man als Flüssigwachs bezeichnen. Dann ist es einmal das Mirrorshine, das King of Gloss, das Kiwami, das New Scratch Clear und das Waterblock Super Splash. Alle diese fünf Wachse, wobei, sorry, eins habe ich vergessen, das Haneri, sage ich aber gleich noch was dazu. Alle diese fünf Wachse sind jeweils in zwei verschiedenen Varianten auch noch in Aktion. Beim Mirrorshine ist es das Wachs für helle und für dunkle Lacke. Beim King of Gloss, da gibt es insgesamt vier verschiedene Wachse, ist es das für ganz dunkel, also für schwarze Lacke und das für ganz helle Lacke. Beim Kiwami für dunkle und für helle Lacke. Beim New Scratch Clear für dunkle und für helle Lacke. Und beim Waterblock Super Splash ebenfalls für dunkle und für helle Lacke. Dann habe ich noch gesagt, das Haneri wäre eigentlich auch zum Aktionspreis erhältlich, beziehungsweise für diese zwei, kaufe zwei, erhalte drei Wachs-Aktion. Aber das Haneri ist ein sehr altes Wachs, das gibt es schon sehr lange und das merkt man auch. Ich glaube halt, wenn sich irgendjemand das von euch zufällig einfach holen würde, ohne sich vorher darüber zu informieren, wäre er oder sie enttäuscht, weil das Wachs ist sehr besonders und sehr speziell in dem Sinn, dass es halt wirklich aus meiner Sicht ausschließlich für den besonderen Fall gemacht und gedacht ist, dass man einen sehr stark verwitterten Autolack hat und da durch ein Wachs, was leichter Polierkörper drin hat, eine Verbesserung erzielen möchte. Wenn ihr das auf einem einigermaßen gut im Stande gehaltenen Lack anwendet, werdet ihr den Lackzustand damit sogar verschlimmern. Und Soft Night T9 sagt auch meines Wissens ausdrücklich, dass dieses Wachs nicht für schwarze Lacke gemacht oder gedacht ist. Und ich glaube genau aus dem Grund, man würde halt wirklich sehen, dass man nach dem Auftrag vom Wachs so einen Grauschleier drauf hat. Das ist halt ein so spezielles Wachs und das ist auch von der Standzeit und der Hydrophobie und allen anderen Eigenschaften eins, wo ich sage, das braucht sich niemand zu holen. Deswegen habe ich es aus diesem Video von Anfang an auch weggelassen. Also, wir haben diese fünf Wachse. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt jeweils die dunkle und die helle Variante. Dazu habe ich euch schon mal ein separates Video gemacht, in dem ich für alle Wachse von Soft Night T9 untersucht habe, ob man da überhaupt Unterschiede feststellen kann oder nicht. Verlinke ich euch hier oben in der Ecke mal, das könnt ihr euch gerne anschauen. Kurz gesagt, es spielt bei den Soft Night T9 Wachsen nicht unbedingt so eine große Rolle, ob ihr euch jetzt das Wachs für dunkle oder für helle Farben holt, weil das sind jetzt alles die Varianten für dunkle Lacken. Und hier beim King of Gloss ganz besonders ist es ja die Variante für schwarze Lacke auch. Aber ihr seht, das Wachs ist komplett hell. Und das gilt halt für alle anderen auch. Das sind keine Wachse, die schwarze oder dunkle Farbpartikel drin haben, wie beispielsweise das Dodo Juice Black Widow oder auch das Nettys Paste Wax in der dunklen, in der schwarzen Variante. Also das sind, ihr seht es, immer noch helle Wachse, die nicht eingefärbt sind. Und deswegen könnt ihr auch auf einem weißen Auto, aus meiner Sicht, das für dunkle Lackfarben verwenden. Ihr könnt auch auf einem schwarzen Auto das für helle Lackfarben verwenden. Meine Meinung ist ganz klar, wenn ihr zwei Autos habt und ihr holt euch nur ein Wachs, spielt keine Rolle. Holt euch eines von den beiden. Wenn ihr das Geld ausgeben möchtet und könnt und ihr habt zwei verschiedene Autos, ein helles und ein dunkles, dann holt euch doch die zwei Wachse jeweils für dunkle und für helle Lackfarben. Und gerade jetzt zu diesem Aktionspreis, denn Schaden tut es auf keinen Fall was. So kann man es, glaube ich, auch stehen lassen. Dann, von den Wachsen selber her, ich gehe hier so schnell wie möglich durch, damit das Video nicht allzu lange wird. Das Mirror Shine ist ein Show Wax. Das heißt, hier dürft ihr nicht allzu viel Standzeit erwarten. Ihr könnt aber erwarten, dass das trotzdem ein sehr schönes Appellverhalten mitbringt. Ihr könnt erwarten, dass das durchaus auch etwas fürs Finish macht. Auf unlackierten, verwitterten Lacken noch ein bisschen mehr als auf polierten Lacken. Ihr könnt aber hier vor allem die, lasst mich das kurz überlegen, doch, kann man so sagen, die einfachste Verarbeitung von allen Soft 99 Wachsen erwarten. Achtung, bei allen anderen Wachsen kriegt ihr jeweils einen Applikator-Schwamm dazu. Das sind diese hier. Beim Mirror Shine ist es so, ich glaube hier auch, ja genau, sage ich dann gleich noch was dazu. Beim Mirror Shine und auch beim New Scratch Clear kriegt ihr ein Mikrofasertuch dazu. Denn Soft 99 hat sich das hier so gedacht, und ihr seht auch, das Mirror Shine ist hell von der Farbe her, obwohl es für dunkle Lacke gemacht ist, dass ihr das Tuch nehmt, mit dem Tuch hier reingeht, das Wachs mit dem Tuch auf dem Lack verteilt, und zwar so lange verteilt, bis ihr keine Rückstände mehr seht, und danach seid ihr fertig. Theoretisch und laut Vorgabe oder Anleitung von Soft 99 müsst ihr dieses Wachs nicht auspolieren. Und das ist ziemlich besonders. Es ist auch, wenn man es auf die Inhaltsstoffebene runter bricht, relativ besonders. Darauf gehen wir aber gar nicht zu ein, das würde viel zu tief gehen. Ich würde euch persönlich aber trotzdem empfehlen, dieses Wachs klassisch aufzutragen. Das heißt, zuerst verteilen, kurz anziehen lassen und dann nachzuwischen. Einfach um sicher zu gehen, dass ihr hier keine Rückstände drauf habt. Denn wenn man das eben, ja man kann das nicht freundlich formulieren, wenn man das schlampig verarbeitet, das heißt, man verteilt es mit diesem Mikrofasertuch, aber macht das nicht lange genug, dann kann es trotzdem sein, dass man Schlieren hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wenn man es klassisch verarbeitet, mit einem Applikator verteilt, ablüften lässt und dann mit dem Tuch nachwischt, ist das hier das einfachste, das idiotensicherste und das Wachs von Soft 99 mit dem geringsten Risiko, dass man irgendwelche Schlieren hat. Also das ist wirklich, wirklich einfach. Damit auch ein sehr, sehr gutes Einsteigerwachs. Das King of Gloss ist bereits ein kleines bisschen schwieriger, hat auch einen klassischen Applikator. Das King of Gloss ist aber auch eher ein Showwax. Der Unterschied hier ist, das hier basiert eher auf Harzen und man sieht auch rein vom Finish her, wenn man sich wirklich eine Testfläche abklebt, dann sieht man gerade an den Klebekanten, dass das hier relativ dick auf dem Lack abschließt. Man hat hier vom Finish her wirklich das Gefühl, dass hier eine Zuckergussschicht, eine zusätzliche Klarlackschicht obendrauf aufliegt. Was ich persönlich finde, kommt auf dunklen Lacken nochmal stärker hervor, als es auf hellen Lacken der Fall ist. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Die sind aber beide eher in der Kategorie Showwax. Ich persönlich finde, das King of Gloss hält nochmal ein kleines bisschen länger als das Mirrorshine. Dafür ist das Mirrorshine nochmal ein kleines bisschen einfacher zu verarbeiten als das King of Gloss. Das Kiwami sitzt hier genau in der Mitte. Das Kiwami ist ein absolut klassisches, traditionelles Allrounder-Wachs, das vieles sehr gut, vieles richtig und nur ganz, ganz wenig falsch macht. Es ist aber in keiner Kategorie überragend. Es ist nicht das am längsten haltende Wachs, es ist nicht das Wachs mit der besten Hydrophobie, es ist nicht das einfachste Wachs, aber es ist in all diesen Leistungscharakteristiken ausgesprochen gut. Genauso muss man es auch sehen. Ich würde dieses Wachs hier grundsätzlich, ja, ich würde das einsteigern trotzdem ans Herz legen, weil ich halte es immer noch für einfach genug. Man kriegt hier eine vernünftige, lange Standzeit im Vergleich mit dem Groß aller anderen Wachse, die es auf dem Markt gibt. Und ich persönlich würde auch sagen, die Hydrophobie ist, wieder verglichen mit vielen anderen Wachsen, die es da draußen gibt, überragend. Und man kriegt halt auch für den Preis eine sehr, sehr große Füllmenge. Lasst es mich anders formulieren, mit diesem Wachs macht man nichts falsch, außer man mag sehr gut duftende Wachse. Denn, ich überprüfe das gerade auch nochmal für euch, ja, das Kiwami hat einen leicht bis mittelmäßig lösemittelartigen Geruch. Also man, ich habe das Gefühl, ich stehe an einer Tankstelle. Genauso riecht das für mich. Das King of Gloss hat übrigens, ihr seht schon, die Dose ist höher, hat mehr Füllmenge drin. Da sind nämlich, wo steht es, es müssten 300 Milliliter sein. Ja, ich finde es gerade nicht effektiv. Ja, da müsst ihr in der Produktbeschreibung selber nochmal schauen, aber ich glaube, das ist nämlich die größere Dose. Ja, das müssten 300 Milliliter sein. Die anderen haben 200 Milliliter. Das King of Gloss, ja, auch Tankstellengeruch. Das lässt halt darauf schließen, dass das von den Inhaltsstoffen her in Richtung Erdölderivate geht. Das Mirrorshine, wenn mich nicht alles täuscht, ist ein geruchsneutrales. Ja, absolut geruchsneutral, vielleicht eine ganz leichte Schuhcreme-artige Note. Also auch hier wieder, wenn ihr jemand seid, dem zwar der Geruch nicht wichtig ist, der aber sagt, ich möchte aber trotzdem kein Wachs, das stinkt, das hier, Mirrorshine. Das New Scratch Clear hat glaube ich auch diesen, nein, auch neutral. Ja, das ist auch geruchsneutral. Und dann das Super Splash, das ist aber wieder, da bin ich mir ziemlich sicher, ja, das ist wieder der Tankstellengeruch. Also, dann wisst ihr jetzt auch, was es vom Geruch her denn sein soll. Kiwami habe ich euch gesagt. New Scratch Clear, da hat euch Sebastian, gerade vor kurzem, ein sehr schönes Video dazu gemacht, verlinke ich euch hier oben. Das ist nämlich ein Wachs mit einem sehr speziellen und ganz, ganz gezielten Anwendungszweck. Wenn ihr einen Lack habt, den ihr nicht polieren möchtet, der aber eine Farbauffrischung definitiv nötig hätte, der halt viele Kratzer hat, der leicht verkraut ist, dann holt ihr mit dem Wachs sehr, sehr viel raus vom Finish her, weil das hier über besonders viele, besonders ausgeprägte, gute Füller verfügt. Das heißt, dieses Wachs wird euch wirklich ein sehr schönes Finish auf einem verkrauten Lack erzeugen. Es wird aber, also es ist erstaunlich, dass es dann doch eine gute Hydrophobie mit sich bringt. Auch hier seht ihr, ist ein Mikrofasertuch dabei, weil man das halt doch ein bisschen im Lack verarbeiten soll, fast schon ein bisschen wie eine Handpolitur. Es wird aber, wird aber definitiv nicht so ein schönes Appell- und Ablaufverhalten erzeugen, wie insbesondere das Waterblock, aber auch das Kiwami oder das King of Gloss, da hängt es ein bisschen hinten nach. Und es wird auch definitiv nicht so lange halten. Das hier also ein sehr, sehr schön, das wäre im Prinzip aus meiner Sicht eine sehr gute Variante für die Aufbereitung unter euch, für das Thema Verkaufsaufbereitung. Wenn ihr ein Autohaus habt, das nicht viel zahlen möchte, das nicht darauf besteht, dass ihr ein Auto poliert, das einfach möchtet, dass es besser aussieht, das wäre eine schöne Variante aus meiner Sicht. Und dann, das Waterblock Super Splash, das ist das Wachs im Soft 99 Sortiment mit dem besten Appell-Verhalten, zusammen mit dem Fusso-Code und auch mit einer, also jetzt im Vergleich zu diesen Wachsen hier, ist es das Wachs mit der längsten Standzeit, definitiv. Aber, es ist ein kleines bisschen schwieriger zu verarbeiten, nicht unbedingt vom Auftrag, auch vom Abtragen, finde ich es persönlich immer noch einfach, aber, es kann, im aller, aller, aller schlimmsten Fall, und gerade auf dunklen Lacken, kann es, und das ist ein typisches Problem für dieses Wachs, aber auch und gerade für das Fusso-Code, es kann eine leichte Schlieren- und Wolkenbildung erzeugen. Das muss man halt dazu wissen. Also, das heißt, ich versuche es nochmal für euch so ein bisschen zu sortieren, ah, hätten wir fast vergessen, das F7, das F7 gehört definitiv hier hin, ist ein Flüssigwachs, erzeugt eine extreme Hydrophobie und eine sehr gute Standzeit. Also, die zwei könnt ihr definitiv so ein bisschen äquivalent betrachten, je nachdem, ob ihr lieber ein pastöses Wachs oder ein flüssiges Wachs haben wollt. Also, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, wenn euch vor allem Standzeit wichtig ist, ganz klar diese beiden, F7 oder Waterblock. Wenn euch eine möglichst starke Farberfrischung, eine Verbesserung des Looks auf einem verwitterten Lack wichtig ist, dann das New Scratch Clear. Wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich ein Wachs, was alles ziemlich gut kann, dann das Kiwami. Wenn ihr sagt, ihr möchtet ein Wachs haben, was möglichst viel Glanz herausholt, dann das King of Gloss oder das Mirrorshine. Und wenn ihr zwischen den beiden noch sagt, mir ist eine einfache Verarbeitung besonders wichtig, dann eher das Mirrorshine. Wenn ihr sagt, ich möchte doch ein bisschen Standzeit haben, obwohl das ein Show Wax ist, dann eher das King of Gloss. Und ich glaube, so kann man das hier stehen lassen. Eine Sache ist noch hier wichtig, dass New Scratch Clear, die Namen sind echt, die muss man sich schon merken. Ihr seht schon, das liegt so ein bisschen schräg hier in der Dose drin. Das ist ein weiches, puddingartiges Wachs. Das gleiche gilt für die weiße Variante vom King of Gloss, die jetzt gerade zum Aktionspreis erhältlich ist. Also nicht erschrecken, hartes Wachs, hartes Wachs, hartes Wachs, hartes Wachs, weiches Wachs und die weiße Variante vom King of Gloss ist ebenfalls ein weiches Wachs. Das solltet ihr hier noch dazu wissen. So, wie gesagt, nicht alle Wachse von Soft99 sind zur Aktion erhältlich. Das Fusso Code ist nicht dabei und auch das Premium Authentic ist nicht dabei. Die braucht ihr also gar nicht erst zu suchen. Es sind diese Wachse hier. Jetzt ist die Frage, die Aktion ist ja, ihr kriegt zwei Wachse und eines gratis. Welches soll ich mir denn holen? Ich persönlich gebe euch folgende Tipps. Entweder ihr sagt euch, ihr möchtet eines von diesen Wachsen ganz bestimmt haben, ihr habt aber zwei verschiedenfarbige Autos, ein helles und ein dunkles. Dann holt euch doch das Wachs, wofür ihr euch entscheidet, sowohl in der hellen als auch in der dunklen Variante. Dann habt ihr schon mal die zwei Wachse und dann könnt ihr euch noch entscheiden, was ihr euch als drittes dazu holt. Mein Tipp wäre hier, wenn ihr euch für den Sommer, für den Frühling hier das Mirror Shine oder das King of Gloss holt in den jeweiligen Farbvarianten, dann nehmt euch doch noch das F7 oder das Waterblock dazu. Dann habt ihr etwas, was gerade im Winter sehr gut funktioniert. Insbesondere das F7 muss man halt sagen, das funktioniert auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen noch absolut hervorragend und deswegen wäre das, glaube ich, eine schöne Ergänzung hier. Wenn ihr jemand seid, der an die Theorie des Toppings glaubt, das heißt, ihr seid jemand, der daran glaubt, dass ich mir ein Wachs zuerst auftragen kann, das bringt gewisse Eigenschaften mit und dann kann ich mir ein zweites Wachs obendrauf legen, das nochmal andere Eigenschaften mit sich bringt und dass sich das irgendwie miteinander komplementiert. Einschub, ich bin persönlich nicht davon überzeugt, aber das ist für mich auch völlig okay, wenn man da anderer Meinung ist. Dann würde ich sagen, eine weitere schöne Variante wäre, man holt sich das New Scratch Clear, beispielsweise wieder in der hellen und der dunklen Variante, um auf verwitterten Lacken eine Lookverbesserung zu erzeugen und weil man ja weiß, dass das nicht so lange halten wird und nicht ganz die perfekte Hydrophobie erzeugen wird, würde ich mir persönlich dann noch entweder das Kiwami oder das Supersplash dazuholen und das obendrauf legen. Das wäre ebenfalls, glaube ich, eine sinnvolle Variante, wie man diese zwei Wachse mit einem kostenlos kombinieren kann. Oder, wenn ihr sagt, lasst mich doch in Ruhe, ich weiß eigentlich ganz genau, welches eine Wachs ich haben möchte, ihr könnt euch ja auch drei identische Wachse holen, ihr könnt euch drei Tuben hier vom dunklen oder vom hellen Kiwami holen, dann seid ihr für den Rest eures Lebens wahrscheinlich sehr, sehr gut an Wachs ausgestattet. Also bis zu dem gewissen Grad überlasse ich das auch euch, wie ihr euch hier für die zwei Wachse und eine Wachskostenlos-Aktion entscheiden wollt. Ihr könnt die Aktion natürlich auch nutzen, denn es geht jetzt dann langsam so Richtung Weihnachten, um jemanden zu überraschen und ihm dann ein schönes Wachs zu schenken. Vielleicht braucht ihr ja nicht alle drei Wachse. Sehr schön. Ich glaube, so können wir es stehen lassen. Ich hoffe, so konnte ich euch ein bisschen bei der Entscheidung helfen. Ich habe euch auf diese besondere Aktion bei Soft199 aufmerksam gemacht und dann würde es mich jetzt interessieren, schreibt uns doch in die Kommentare unter dieses Videos, wofür ihr euch entschieden habt, welche drei Wachse ihr euch geholt habt. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Aktion Bis zum nächsten Mal.